Glückwunsch! War das jetzt ein Rennen vor allem für die Seele nach Duisburg? Danke erstmal. Ja, war schön, dass wir jetzt wieder zeigen konnten, dass wir auch wie vorne wegfahren können. Mit den Australiern und gerade mit den Ukrainern, die jetzt neu dazugekommen sind, haben wir extrem stark Gegner gehabt und es war schön, den auch mal zu zeigen, dass wir das auch anders können. Okay, das heißt jetzt gehst Du völlig entspannt erstmal in eine Wettkampf-Fauge? Ja, völlig entspannt ist anders. Im Olympischen Jahr kann man glaube ich nicht völlig entspannt sein, aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass wir uns nochmal eine Goldmedaille abgeholt haben und ich denke, damit ist die Seele wirklich ein bisschen beruhigter. Na dann, gute Erholung! Danke!